Hi Leute, mein Name ist Marian und ich möchte euch unsere super Aktion vorstellen. Corona zwingt uns ja leider zur Zeit zu Hause zu bleiben und vielen fehlt natürlich ihr tägliches Training, ihr regelmäßiger Sport. Und vielleicht habt ihr auch Freunde und bekannte Familienmitglieder bei euch im Umfeld, denen es genauso geht und die sich einfach auch dafür interessieren, gerade nach der Corona-Krise aktiv etwas für ihre Gesundheit und für das Immunsystem zu tun. Und dabei könnt ihr ihnen jetzt mit unserer Aktion helfen. Und zwar sieht unsere Aktion folgendermaßen aus. Das einzige, was ihr dafür benötigt, ist euer Handy und unsere App Balance Feminin oder Balance Flensburg, welche ihr euch einmal runterladen müsst. Was ihr dann tun müsst, erkläre ich euch. Ganz einfach und zwar öffnet ihr eure App und geht jetzt auf den Button Gutes tun und Geld sparen. Wie ihr jetzt sehen könnt, könnt ihr hier einmal eure Daten eintragen und wählt dann einfach den Kanal aus, über den ihr euren Gutschein an eure Freunde und Bekannte schicken möchtet. Das genaue Angebot beschreiben wir auch noch einmal in der App unter Neuigkeiten. Und was ich euch aber schon einmal sagen kann, ist, wenn jemand von euren Freunden, Bekannten, denen ihr euren Coupon geschickt habt, bei uns Kunde wird, trainiert ihr die nächsten drei Beiträge bei uns für nur 19,99 Euro. Also schickt den Coupon an Freunde und Bekannte und alle Personen weiter, denen ihr etwas Gutes tun möchtet und bewegt euch gemeinsam nach der Corona-Zeit wieder und tut etwas für eure Gesundheit. Wir freuen uns auf euch, sobald wir wieder geöffnet haben, hier bei uns natürlich in Balance und bleibt bis dahin gesund. Macht's gut und ciao! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!